Musik Wir als Rotes Kreuz starten jetzt eine Initiative Erste Hilfe auf dem Bildungsplan. Wir wissen, viele Unfälle finden in der Schule auf dem Schulhof statt. Wir wissen, dass Kinder ein Gerechtigkeitsgefühl haben, dass sie gerne helfen wollen, dass sie neugierig sind, auch zu erfahren, wie kann ich helfen. Und dass man genau die Erste Hilfe auch in den Unterrichtsplan bringen kann, in Religion, in den Deutschunterricht und besonders auch in Biologie. Die Kinder lernen dabei, sie verlieren die Angst, wenn etwas passiert ist. Sie werden auch ganz präventiv als Erwachsener sich vorsichtiger verhalten. Und es ist nicht notwendig, bei kleinen Unfällen sofort 112 den Rettungswagen anzurufen. Man kann auch bei kleineren Dingen direkt helfen. Deswegen ist es uns wichtig, die Kinder damit einzubeziehen. Und es gibt tausend Gründe, warum wir auf dem Bildungsplan die Erste Hilfe haben möchten. Wir stehen als kompetenter Partner da und würden mithelfen. Also lassen Sie uns starten anfangen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017